Ich bin die Sibylle. Ich verkaufe Schallplatten. Macht mir riesig Spaß. Jeden Tag Musik, Menschen. Ja, und dann Mars. Wenn ich mal Ruhe habe, ist das genau das, was ich brauche. So ein Mars ist einfach gut. Echt. Auch so, wenn ich mit meiner Klippe unterwegs bin. Mars finden wir alle toll. Das liegt an den guten Sachen in Mars. Milch, Traubenzucker, Eiweiß und viel, viel Schokolade. Mars macht mobil, Ball, Arbeit, Sport und Spiel.